wir haben jetzt hier funke frösche ein kleiner vergleich funke frösche b das kann man auch schöner hinhalten für das video genau funke frösche b c und d genau was geht es mit b natürlich kein guter untergrund gehen wir ein stück zurück ich werfe hier hin das glaube ich besser kannst jetzt eigentlich nur den knallobjektiv bewerten wir eigentlich hüpfen die übelst so jetzt geht es weiter mit den fröschen c von funke so jetzt zum schluss noch die d fröschen so 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 so